Hui, 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 hui. Grüß euch. Ich bin die Fanny. Ich bin der Schneehoff. Ich tue am liebsten Habern. Bei uns gibt es aber auch noch andere. Coole Haxen. Der Dani z.B. tut Klatschen. Die Ivi tut supergut hongern. Die, wie man schwimmt, wie er wolle im Wasser. Äh, ah ja. Die Maja, so ist Schupperle, tut volle Wischbuseln. Da kannst du auch nur auf die Pieren greifen. Und wo kannst du das alles selber loketzen? Hä? Ja, da, da, da bei uns. Am Offenberg. Hihihi.